Ich habe ein Eisenschwert. Nein, nicht in meinem Ernst. Was hast du gerade gemacht? Hey Leute, willkommen zu einer Runde SG 2.0 mit dabei ist der Pi. Moin. Moin. Und? Oh, nur Essen. Ich habe zwei Eisen. Nur Essen. Wo läufst du lang? Bahnhof, hier geht es schneller. Ja. Hast du ein Steak? Ne, ich habe nur Essen. Sehr gut, eine Karotte. Ich habe eine Dings da. Oh, hinter mir. Oh, fuck. Oh, fuck. Pete. Geil, der hat eine Waffe. Das ist ein Fnaf von mir. Wow. Er schreibt, okay. Ja, ich habe ihm eine kleine Respektschelle gegeben, dann rennt er. Hey, ich bin hier oben. Oh Mann. Der ist einfach runtergefallen. Okay, ich habe eine Waffe. Perfekt. Ich habe Essen. Ich habe eine Chessbelt. Oh, ich brauche einen Stick. Ich habe zwei. Hättest du? Willst du den? Ja. Kriegst du aber nicht. Ich bin mir in der Ruine. Wow. Gibst du dir so einen Jump'n' Run? Okay, dann gibst du ihn nicht. Gibt es nicht. Bei der anderen, bei der normalen gibt es da so einen kleinen, dass man da um die Ecke springt. Ja, das mache ich immer. Weil ich so ein Profi bin. Jump'n' Run Pro. Ich kann dir den Stick geben. Ich bin in diesem Turm da in der Ruine. Wäre nice, wenn du den Schalter nicht springst. Das ist einer. Okay, warte. Ich bin oben auf dem Turm. Ich brauche ein bisschen. Hier sind nämlich so viele Tier Ones. Ich habe Angst vor dem, weil ich nicht voll bin. Dein Schwert. Hätt er keine Waffe. Oh, hast du einen Kee gemacht? Ja. Er hat so zwar keine Waffe, aber... Dick, da hinten kommt noch einer. Bitte. Okay, ich habe ein Eisenschwert. Nein! Nicht in meinem Ernst! Was hast du gerade gemacht? Was hast du gerade gemacht? Das ist eine Workbench. Hast du deine komische Workbench genutzt? Ja, und dann war ich das so neben und habe direkt rausge... Oh, Mann. Leute, mit sowas kann man nicht spielen. Achtung, rechts. Hier sind so viele Tiere. Ja, hier sind auch ein paar Spieler. Was machen wir? Lass mal ein bisschen weg, weil ich habe ein Loot-Ding da. Ein Supply Drop. Ja, ja, habe ich auch noch. Vielleicht bekommt ihr eine Workbench. Das sind Safe-Randys. Wie kommt man da rein? Da geht niemand rein, so. Oh, der ist auf der anderen Seite wieder raus? Hä, ist nicht am Ende vom Zug auch eine Workbench bei der anderen Map? Doch, bei der anderen schon, aber bei der wäre ich mir nicht so sicher. Wo bist du? Ja, hier ist es kein... Ach, bist du hier... Da sind zwei Leute. Bist du da... Hä, wo bist du jetzt? Hier. Ach, da sind zwei Leute. Ja, aber warte, ich mache kurz das hier. Ich hoffe, dass es nicht da oben landet. Weil das war knapp. Oh. Bist du auch? Ja. Okay, hoffentlich kommt niemand. Brauchst du ein Steinschwert? Äh, ja. Da sind vier Leute am Kämpfen, wollte ich nicht mal so sagen. Ja, wir brauchen eine Bonzer Stuff. Ich habe nicht mal eine Hose. Ich habe das Gefühl, meins landet da oben. Oh. Das andere? Nein. Mein FNS. Okay. Ich kann da ja nicht mit irgendwas gehen. Hose, Hose, Hose. Ich habe nur... Die haben eine Lederhose, habe ich wohl. Warte. Oh Gott. Richtig gut. Da rechts ist noch einer. Warte, kümmern wir ein bisschen zurück. Ähm. Ich könnte ein Eisenschwert machen, aber... Ja, dann lass es morgen gehen. Save the first, boys. Merkt es euch. Da drüben die Kuh hole ich mir. Ich habe fast ein Level. Komm, danke. Tipp. Ähm. Die Runde wird gewonnen. Mhm. Auch meine Lieblings-Map. Oh Gott. Warte. Aber im Spawn ist niemand, oder? Äh, sieht nicht so aus. Nein. Dann gehe ich schnell in Chanten. Wir treffen uns dann. Oh, ich habe fast zwei Level. Okay, warte. Ich hole mir noch ein Tier, dann habe ich zwei Level. Komm einfach Richtung Enchanter, okay? Oh, vor dem Haus ist jemand, der hat Enchanted einen Eisenhahn. Ich mache das Save nur wegen dem Style. Das bringt ihm nämlich ab und zu absolut nichts. Ah, ich sehe ihn. Der reicht Richtung Spawn. Ja, der ist bei mir. Oh, der verzauberte Steinschwert. Wir so ein bisschen mit ihm. Ich komme von hinten. Ja, schön. Jetzt geh ein bisschen zurück. Jetzt truf. 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 Hörter. Hörter. Hast du eine Roth? Nein. Ich glaube, der hat ein Teammate oder sowas. Weil warum sonst? Okay, er versucht was. Doch nicht. Moin. Moin. Oh Gott. Passt ein Hit auf ihn. Der rennt wieder zurück. Moin. Prost. Ja, ich bin vor dir. Also in dir. Ich bin vielleicht in dir, aber mir auch nicht. Ja, ich bin auf drei Herzen. Ja, komm rüber. Hier, Hanisch. Danke. Hier, Hose. Ich habe ein Dia. Hast du auch einen? Nein, ich habe auch einen Eisen. Okay, ich gehe schnell entsch... Oder warte. Ich kann auch deinen Schweden entchanten, aber hast du einen Bogen? Ich kann auch noch einen entchanten. Wobei, warte, braucht man zwei Level. Ne, ne, eins. Das haben sie gefickt bei. Es geht zwei Level. Ach so, Piet. Es geht halt noch zwei Dinger, dann habe ich... Du wolltest mich da reinschubsen, aha. Was kann ich entchanten? Ich kann dir auch noch eine Chatsback entchanten. Wow, meins ist haltbar, Kai, wenn ich jetzt Eisenschwert entchant. Ne, ne, mach einfach. Ach so, Eisenschwert würde ich nicht entchanten. Aber hier, gönn dir. Hä, warte, du hast noch probiert. Wie viele Level hast du? Jetzt keins mehr. Mir fehlen aber noch so zwei Mini-Dinger, dann habe ich auch einen. Mann, wenn ich ein ganz kleines bisschen mehr habe, dann habe ich zwei Level. Dann kann ich Schärfe machen. Wir können halt kein Screen machen, ne? Ja. Game of Free, verboten. Wollen wir ihn töten einfach? Ja, lass mal Mare. Dann ist die M. Oh, der Arme. Ja, ist halt echt blöd so. Aber die machen das echt strikt mit dem Bann. Wegen jeder Kleinigkeit. Der muss echt low sein. Komm. Auffassen, wenn er unter dir ist, dann ist es brenzlig. Meiner. Meiner. Ich habe 52% Damage gemacht, also habe ich noch ein paar Punkte bekommen. Das ist halt ein bisschen wütend. Früher hat man sich viel mehr um die Kills gebattelt, ne? Ja. Das war mega lustig eigentlich so mit Mates, aber wir haben die Runde safe gewonnen eigentlich. Nur noch. Hast du eine Angel für mich? Nur eine, ne. Sorry. Okay. Zwei sollten wir bekommen. Aber was mir auffällt, ich spiele jetzt ja wirklich schon ein paar Runden an, Nick. Es ist voll entspannt. Es war früher viel schlimmer, dass man irgendwie getötet wurde so oder getargetet. Mittlerweile ist noch nichts so was passiert, obwohl wir jetzt locker schon so zehn Runden versuchen. Ich finde das auf Gommel nervig bei CoolScape, wenn man nicht genickt spielt und allein anzuneaken. Ich kann das nicht, Leute dann töten, wenn die mich anzuneaken. Da habe ich voll das schlechte Gewissen. Oh, der ist ja richtig süß. Machst du deinen, ich mache meinen. Okay. Okay. Meiner hat sich, glaube ich, einfach nur in den Ding hier reingesneakt. Ja, hat er. Der macht auf ernst. Willst du euch dir helfen? Er macht richtig ernst. Er trifft nur absolut keinen, obwohl ich direkt vor ihm stehe. Oh, der Arm. Jetzt macht er gleich wieder Feuer, wetten? Der will richtig Feuer machen. Wir beenden das mal. Hat er eine Angel? Bitte. Ähm. Nö. Stimmt. Was machen wir jetzt? Machen wir einfach nur mit Steinschwert? Ähm, können wir machen. Aber normales, oder? Ja. Ja. Du als Pink-Playerin? Kein Problem für dich. Wahrscheinlich. Ich auch noch. Ich habe mega viel FNLs und schön viele Pfeile. Mann. Okay, ich mache mir die Ruffle weg, ey. Sonst mache ich die noch. Okay, ja. Go. Oh Gott. Let's go. Nein. Sie hat den Dabbel-Hütter. Nein. Das sind die Hacks. Verloren, Boys. Eingegangen. GG. Das war mega, ey. War das eine Drei-Hit-Kombo? Ich glaube, ja, ne? Ich glaube wohl. Auf jeden Fall, Leute. Ja, mit Rott, Jungs, mit Rott weg. Nee. Hat man ja letztes Mal gesehen, ne? Ja, wo ich dich besiegt habe. Mit 10. Meinst du, wo du verloren hast? Auf jeden Fall, Leute. War es uns mit dem Video. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst eine positive Bewertung da. Schaut bei Piet vorbei. Ja, moin. Bis nächstes Mal. Haut rein. Ciao. Tschö. urgie. Tschö. 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 Tis. Vielen Dank.